Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Battle of Z Wir wollen jetzt hier, ich muss mal kurz meine Kamera aufmachen, damit ich auch sehe, ob ich richtig im Bild bin Ja, ich bin richtig im Bild Äh, wir machen weiter mit der Story Ich hab, hab ich auf Screen gespielt? Ich weiß das gar nicht Auf jeden Fall auf meinen normalen, ähm Meinen normalen Playstation, äh, Account hab ich gespielt Um da auch mal ein bisschen was zu reißen Oh, da haben wir noch gar... Tja, das ist unser nächster Kampf, würd ich sagen Lass uns ihn direkt starten und wir müssen erstmal aussohnen, wen wir da mitnehmen wollen Natürlich mit Goku und, äh, drei Leute Ja, Gohan, Krillin und, äh, Tenchin Han Tenchin Han So, da ist mein Stern, passt hin Komm, 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 komm Kann ich mal Kann ich da noch ein Zehn oder was? Zehn oder was? So, auch noch ein Zehn, aber da haben wir gar nichts, find ich echt schade Ich glaub, ich hab den... Irgendwas fehlt mir gerade, Leute Nein, Moment Wie geht's doof? Moment, 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 ist er da? Nein, nochmal hier, äh, ja, alle, nein, nur freigeschaltete ist Da ist das auch nicht mehr drin, Kartensammlung, vielleicht ist es ja da Ähm, 15, 10 Wird weniger FP verbraucht Wird weniger FP verbraucht Verringer Key verbraucht Mittel, verringer TP Mittel Ähm Mir fehlt was Meine Premium-Punkte sind alle weg Aber mir fehlt die Karte Mir fehlt die Karte Äh, 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 wie kacke ist das denn? Kann man sowieso noch nicht benutzen Ja, mir fehlt anscheinend eine Karte, so gut es aussieht Oder die Karten, die ich für meine Punkte geholt hab Alter Na egal, wir wollen weitermachen in der Story Ich bin gespannt, dass weiter stimmt Let's do this Nicht zu viel Zeit verschwenden Manchmal will man auch ohne die Hilfe der Partner kämpfen Drücke einfach, äh, dafür einfach links Ja, könnte ich machen Ich mach mir währenddessen mal eben schnell einen Kaffee Mal wieder in meiner schönen Dragonball-Tasse Hey, übrigens, ein richtiger Dragonball-Fan hat auch sowas Äh, kann man das sehen? Dragonball-T-Shirt Yeah Voll geil Ja, ich bin ein Nerd Äh, ich bin ein Nerd, wenn es um Dragonball geht Ich schäme mich aber auch nicht dafür Ich bin stolz darauf Dragonball hat meine Kindheit geprägt Let's do this So, will man erstmal die Cyber-Männer alle platt machen Warum? Sieht, ah, das hört mir toll an Ah, verdammt So, jetzt nochmal ein paar Das ist ja, es ist erledigt So, nächster Brich Hier, das sind nochmal Die Medien, weil ich mir erstmal die Cyber-Männer alle platt machen So, und dann auch dann noch einen Franzmann So, jetzt kann ich auch ein bisschen Sound hören Möglicherweise Ich hab mir, ähm, den Soundgrabben gestürzt Ich hoffe, dass man die jetzt nicht doppelt hört Und wenn man die doppelt hört, wäre das ganz schön bitter Ich lauch, ich lauch, ich lauch, ich lauch Ich lauch Ah, Merz Drei-fache Kette und er ist nicht tot Das ist bitter So Hier haben wir noch Nappa Nur noch Nappa Na, das sollte ja wohl halt so problematisch sein Vor allem Bisschen durch die Gegend schneidern, damit wir, ähm, schnell unsere Gank-Anzeige auffüllen können Und alle helfen wir natürlich mit, das ist geil Ich will Komm noch einmal Ja, maximaler Bonus Lauf So, erwischt Schön in die Rippe Na, wer holt die? Kick, wo andere drauf? Nein Nix da Leute, hier müssen wir schon mithelfen Ich kann das nicht alles alleine machen, wie er Oh, meine Gott So Oh, Synchronisation Synchronisation Synchronisieren Witz Wo? Äh, schon in die Rippen getreten Witz Okay, das war nicht so toll Witz So, Bärm Bärm Leute, wo seid ihr denn? Muss ich wieder alles alleine machen, oder was? So, erwischt Weg Nix da Okay Zweifache Kette Ich will auf Ha, jetzt haben wir's voll Haut die nochmal? Okay Jetzt können wir ihn down machen Jetzt ist mir egal Komm, ey, hop, ey Ho Er hat überlebt Oh Gott Was soll das denn jetzt? Ja, okay Ja, der nicht So spielt man Mischen komplett Kompliet Kompliet Yeah Komm, die Genki-Anfrage? Bitte Ich hab Genki voll Ich geb euch gerne meine Energie Jawohl Voll Mir ist was Neues aufgefallen Während ich, ähm Über meinen normalen Account gespielt habe Wenn man jetzt, ähm Kamehameha macht Dann kann man das viel schneller aufpowern Pass auf Unten fühlt sich auf die Energieleiste Kamehameha Die Energie läuft und läuft und läuft und läuft Und dann kommen wir mal Quats Oh Habe ich's geschafft? Nein, nur 98 Genki Ja, ab und zu ist es vielleicht besser Einfach, ähm, normal Die Sachen zu schicken Denn so hab ich jetzt nur 98 gekriegt Scheiße Das war nicht besser Aber ein Doppel-S-Rang finde ich geil Man, Rang ist halt Natürlich, okay Wieder nette Sachen Die haben wir mit einem Kampfdinger geklärt Die alten Bekampten Eine Faust gekriegt hier So Kampfmodus frei gespielt Yay Coole Sache Oder auch nicht Man weiß es nicht Erstmal aufs Rüstung Ne, ich will müssen Nein, ah, was machst du da? So, Mission Was haben wir hier? Drei verschiedene Missionen Napper in der Klemme Ja, machen wir da direkt weiter Wir haben noch ein bisschen Zeit Machen wir das mal Motwe So, Napper in der Klemme Kriegt ja schon Anpass bitte Da hab ich nix Da hab ich nix Okay, hier hab ich auch nix Hier hab ich aber einige Was Da hab ich auch nix Okay, hier hab ich auch nix Okay, hier hab ich auch nix Okay, hier hab ich auch nix Die kann ich immer noch nicht benutzen Und die kann ich benutzen Pff, toll, was soll ich damit Nix Nein, das bestätigen Danke Let's use es Es bleibt spannend Je mehr die Gesundheit steiger Äh, desto höher ist die TP Sind die TP Dann bist du zäh genüg Um dich einer Menge Von Gegnern zu stellen Ist dem so, ja So, ja Und ich sitze Gerade wieder so behindert Und kriege einen Kampf im Rücken So, na, paar, dann lass uns mal ein bisschen hier die Fresse polieren Watz, direkt aufs Maul Kette Leute Und niemand reagiert da drauf Was soll denn das Oh, oh, ich will auch Watz Sauber, komm nochmal Nochmal, nochmal, nochmal Ich will auch nochmal Nein Ach komm, das letzte Mal hättest du nur noch gegen Watz 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 Stell die Genki-Leiste auf Und los, komm schon Leute Schön raufklatschen So, 3er-Kette Einer muss noch, einer muss noch Oh, oh Die sind auch wohl echt zu dämlich, die Leute Was weiß Was war das denn jetzt? Ja, quatsch Wupf Watz Watz Komm schon, Leute, wo seid ihr eigentlich? Wir wollen ein bisschen synchronisieren hier Oh, shit So, ich will erstmal, wie geht der jetzt platt machen Nein Oh, lass mich doch nicht nirgendwo Hör, Bastard Hallo, Leute Wo seid ihr? Wo sind die Leute, wenn man sie braucht? Ich weiß es nicht Ah, jemand schneidet die Minen zurück Oh, shit Das hat nicht so viel gebracht Fuck dich, KBHB Haaah Hat euch auch jemanden getroffen? Nein, natürlich nicht Das war totale Verschleppnung Autsch Ach, Leute Mein Gott Ich bin ausgepowert Nein, fährt mir jetzt erstmal, wo geht's noch? Wenn ich da dann rankomme Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt aber hier Jawoll Geh weg, geh weg Er kommt Warum bin ich auf dem Boden? Warum war ich jetzt auf dem Boden? Das verstehe ich nicht Und dann haben wir eine geschehen Was? Bam Ach, Leute Kommt schon Ihr müsst mich schon ein bisschen unterstützen hier Wenn ich hier die ganze Zeit alles alleine mache Dann wird mir das Ach, ich bin tot Ich bin tot I'm alive Ich muss eigentlich einiges an Damage machen Oder auch nicht Kein Moment hat darauf reagiert, das ist natürlich sehr geil Nicht der Einzelbinder da irgendwie Oh, ich muss mich gerade so Komm, die nächste Was? Alter, ja Criki! Criki! Alem, Criki! Ah, Clubber hat uns geschafft Das müssen wir uns mal aufый Stauke! Stauke! Steh auf! Stauke! 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 erlebt das war's aber von papal niemand schlägt das ist ich da werde ich bestimmt das ist dann kann ich mir halten sein das ist schade Oh, das hat aber weh getan glaube ich. Kaioken! Nein! Kaioken! Volle Power! Kaioken! Time to! Ich habe ihn nicht erwischt? Kaioken! Noch mal! Oh, wo ist er denn? Jetzt fliegt er weg. BAM! Ins Gesicht du blöder Bastard! So spielt man! So spielt man! So sollte es immer sein. Eigentlich. Aber eigentlich ist eigentlich auch gar kein Wort. Genk ja, frage! Hier! Nimm meine Energie! Account LP! Toller Name! Ja! Ja! Schneller! Nimmst du langsam! Eins! Geschafft! 100 Geki geschickt! Wunder Kaioken! Toll! Was soll die Kaioken da bringen? Gar nichts! Wunderschön! Wunderschöner Sieg! S-Reiwachsen! S-Reiwachsen! Uh! Hart! Malt! Das ist doch mal ein genialer oder genitaler Start! Würde ich sagen! So! Wir wollen nicht lange schnacken! Wir wollen direkt weiter machen! Ich würde gerne... Machen wir da weiter? Ah, hier! Wir machen dann hier weiter, ne? Ah ne! Mission 5! Mission 6! Dann gehen wir nachher rein! Dann muss ich erst das machen! So! Ausgewählt! Und schnappen! Anpassen! So! Und nach dem Anpassen beenden wir den Part für dieses Mal! 10! Ja! So! Da hab ich nix! 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 Da hab ich ne 15 auch! Das kann nicht benutzen sein! So Leute! Ich danke euch fürs Zusehen! Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen! Und schaltet wieder an mir! Das heißt, Let's Play Dragon Ball Z! Battle of Z! Haus rein! Tschau rein! Bis zum nächsten Mal! Euer Dengoku Senpai!